eu leute was los mit euch ich habe ein neues video für euch ich habe mir was gegönnt unter andy auch der ist zwar jetzt nicht da hier der beruhigt sich ein bisschen aber ich will euch trotzdem zeigen hier ist das zerbürstete paket und wir werden jetzt einfach mal live unboxing an boxen aufpacken auspacken ach ihr wisst was ich mein unboxing video auf jeden fall und ihr werdet auch gleich sehen was drin ist ich werde es eigentlich behindert weil ihr habt sie schon gelesen aber ihr werdet auf jeden fall gleich sehen so dann machen wir die scheiße hier mal auf ganz 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 viel gefühl natürlich so leute wie ihr seht hier eiskalt fett t-shirts was los mit euch ich habe mich übelst hart drauf gefreut ich habe mir eins bestellt und der andy hat sich auch eins bestellt aber das ist das erstmal vom andy der standard das ist übelst nice e-sports digga übelst geil ohne gamertag ganz standard auch hinten drauf nix er wollte nicht finde ich übelst nice wetter noch ein foto reinstellen auf jeden fall weil hier in der kamera ist es übelst scheiße zu zeigen und dann gibt es noch diese geilen fab tassen die sind auch übelst nice richtig geil bedruckt glänzen richtig schön gibt es mit gibt es in weiß und in schwarz innen ich fand aber das weiß irgendwie besser deswegen habe ich das weiß genommen übelst nice für die langen zockernächte und digga das ist übelst traurig da werde ich sie auf jeden fall gleich mal anschreiben ihr seht die dass die tasse ist der bürste die post hat einfach mal nicht aufgepasst digga schau es mal an alter schluss mit der post digga ist einfach mal abgeplöckelt kriegt es gleich ganz oft die fresse wenn ich die morgen sehe nehmen wir auf jeden fall richtig nice hier haben wir zwei tassen für mich und für den andy und dann das fab shirt vom andy meins ist leider noch nicht da das wird ein extra nochmal ein extra unboxing video weil meins ist mit gamertag und dem ganzen schrott drauf das dauert anscheinend länger aber ich würde sagen übelst nice die qualität ist auf jeden fall okay könnte ein bisschen besser sein für den preis aber ich würde sagen das passt so ich hoffe das video hat euch gefallen abonniert meinen channel drücken daumen nach oben oder empfehlt mich weiter oder lass mal ein kombi da was ihr so drüber denkt ja mein unboxing video auf jeden fall vom fab t shirt mit gamertag und nummer und so kommt noch das dauert anscheinend noch ein bisschen ich weiß nicht genau wann es kommt aber freut euch auf jeden fall drauf und bis zum nächsten video ciao was los leute heute neues video und das mit andy hier drüben mit dem dicken schwanz lutscher wie ihr seht im hintergrund läuft schon das pack opening hat sich 6100 cp gegönnt die cps sind also die packs und auch reduziert 50 prozent reduktion reduktion reduziert